Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 245. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa, ich bin Autorin, ich bin spirituelle Lehrerin und ich bin Medium. Und etwas, was ich super gerne mache und was wirklich eine große Passion von mir ist, ist dir zu zeigen, wie du deinen Seelenweg erkennen kannst, wie du auf deinem Seelenweg gehen kannst, so dass du eben dein Licht in die Welt tragen kannst, so dass du wirklich das tust, was deine Seele sich für dich vorgestellt hat, was deine Seele sich für dich wünscht. Und dieses Wissen, diese Wahrheit, diese Weisheit auf die Welt zu tragen, das mache ich zum Beispiel mit meinen Büchern, aber natürlich in erster Linie mit meinen Kursen. Sprich, wenn man bei mir in einem Kurs ist oder in der Jahresausbildung, dann nehme ich dich wirklich an die Hand zu, dass du deinen Lebensweg klarer erkennen kannst, besser erkennen kannst und wirklich ihn so gehen kannst, dass er eben für dich stimmig und passend ist. Und vielleicht hast du die Podcast-Folge vom Donnerstag gehört mit der Daniela und hast da Danielas Geschichte gehört, wie sie durch die Jahresausbildung zu ihrem eigenen Seelen-Business gekommen ist und jetzt das macht, was sie von Herzen gerne möchte. Und über das Herz, über diesen Herzenswunsch, über das, was die Seele uns heute sagen will oder wo wir lang gehen dürfen, darüber wollen wir heute auch sprechen, denn wir sprechen über das Herzchakra und natürlich ist das Herzchakra ganz, ganz stark mit unseren Herzenswünschen verbunden. Und damit, wie wir den Plan unserer Seele und unserer Herzen auf der Erde leben können, wie wir hier ein Leben leben, das wirklich kraftvoll ist, ein Leben, das leuchtend ist, ein Leben, in dem du eben wirklich deinen Seelenweg gehst. Und das Herzchakra ist meiner Meinung nach eines der wichtigeren Chakren, die wir haben. Ich will nicht sagen, es gibt vollkommen unwichtige, aber wenn ich ein paar Chakren als wichtiger bezeichnen würde, dann wäre das Herzchakra ganz sicher an erster Stelle. Das Herzchakra befindet sich in der Mitte der Brust, auf der Höhe des Herzens und da aber eher für mich in der Mitte des Körpers. Das heißt, es ist nicht nur links, sondern es ist tatsächlich in der Mitte und natürlich ist das Herzchakra auch auf beide Seiten offen, nach vorne und nach hinten und ist ein großer zentraler Punkt im Chakrensystem. Denn das Herzchakra liegt in der Mitte der traditionellen sieben Hauptchakren. Es gibt diese sieben Hauptchakren, das sind so die traditionellen Chakren. Da beginnen wir beim Basischakra, dem Sakralchakra, dem Solarplexuschakra. Das sind die unteren drei und dann haben wir die Kehle, das dritte Auge und das Kronchakra, die oberen drei und in der Mitte befindet sich dann eben das Herzchakra. Natürlich gibt es auch das kristalline Chakrensystem. Das ist ein System, mit dem ich sehr gerne arbeite und da geht es dann darum, dass es nicht nur das Herzchakra gibt, sondern auch noch das hohe Herzchakra. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Heute wollen wir über das Herzchakra reden und darüber, wie du es dir vorstellen und visualisieren kannst und wie du damit arbeiten kannst. Das Herzchakra wird ganz oft mit grün assoziiert und in meinem Fall ist es so, dass ich es immer in grün und rosa sehen kann. Das heißt, für mich ist es immer grün-rosa und das ist so der Sitz der Liebe, der Heilung und der Harmonie. Das Herzchakra ist mit dem Element Luft verbunden und wenn du gerne mit Düften arbeitest, dann wäre es zum Beispiel Rosenduft oder grüne Minze. Bei mir kommt da immer auch noch Balsamtanne und Weihrauch und während ich jetzt mit dir rede, muss ich mich mal kurz ausstrecken und mein Rosenöl in die Hand nehmen, damit ich mir ein bisschen Rosenöl anstreichen kann, weil das ist einfach ein wunderbares Öl, das sich wirklich sehr mit deinem Herzchakra verbinden kann und mit dem du wirklich in eine ganz starke Verbindung und in einen ganz starken Austausch gehen kannst. Das Rosenöl, das ich nutze, ist von Young Living. Das ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Rosenöl und dieses Öl ist nicht nur gut für das Herzchakra, sondern auch gegen depressive Verstimmungen zum Beispiel und um dich mit deinem eigenen Herzen, mit deiner eigenen Mitte zu verbinden und ich liebe dieses Öl. Das ist für mich so meine kleine Therapiesession jeden Tag und ich streiche mir da gerne einfach einen Tropfen auf mein ganzes Herzbereich, auf mein Herzchakra und fühle mich dadurch dann tatsächlich auch besser und darüber wollte ich an sich in diesem Podcast gar nicht reden. Es ist mir nur gerade eingefallen und deswegen musste ich wegrutschen und es nehmen und damit anfangen zu arbeiten. Wenn du jetzt nicht mit Rose arbeiten möchtest, dann wäre die Balsamthane etwas oder Weihrauch auch. Das sind Öle, die super gut sind für das Herzchakra. Das Herzchakra ist für mich der Bereich, der eben so diese oberen und unteren Chakren zusammenbringt. Und wenn du dir jetzt das Bild anguckst vom Herzchakra, dann hat das Herzchakra hat ja so ein ganz bestimmtes Symbol und da siehst du zwei Dreiecke, die sich verbinden. Es ist so ein Dreieck, das von oben nach unten zeigt und eines, was von unten nach oben zeigt. Und diese Dreiecke stehen für mich auch für das Thema Dualität und für das Thema des Verbindens von dem, was von oben kommt und von dem, was von unten kommt. Also wir haben da so das Thema Verbindung mit der geistigen Welt und Erdung und dann diese beiden Dinge in Einklang bringen, das wir auch im Herzchakra finden können. Natürlich stehen diese beiden Dreiecke auch für die Dualität und sie können zum Beispiel auch für Tag und Nacht stehen oder auch für Zuneigung und Abneigung, also Sympathie und Antipathie. Was für mich beim Herzchakra auch immer noch so ein Symbol ist, was ich sehr, sehr gerne sehe, ist die Acht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal mit der liegenden Acht gearbeitet. Dieses wunderbare Symbol mit den beiden Blütenblättern, die sich dann in der Mitte kreuzen. Und wenn ich das auf mein Chakrasystem übertragen müsste, dann wäre quasi das Herzchakra dieser Kreuzungspunkt. Das heißt, es kommt Energie von oben runter, kreuzt sich im Herzchakra, geht nach unten, kommt wieder hoch zum Herzchakra, kreuzt sich, geht nach oben und so weiter und so fort. Du hast so dieses Infinity-Symbol, das sich eben im Herzchakra kreuzt und überschneidet und da hast du diese ganze Stärke drin, da hast du dann auch dieses Übermaß an Energie drin und diese Kraft. Und wenn du das weiter überlegst, ist natürlich das Herzchakra das Zentrum der Liebe und des Mitgefühls und der bedingungslosen Akzeptanz. Und wenn ich vom Thema Mitgefühl spreche, dann meine ich immer in aller allererster Linie das Selbstmitgefühl. Es geht beim Herzchakra nicht nur darum, Mitgefühl für andere Menschen zu haben, sondern es geht darum, Mitgefühl für dich selbst zu haben, dich selbst wahrzunehmen, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, deine Gefühle wahrzunehmen und auch zu erkennen, wo du in Selbstmitgefühl gehen darfst. Genauso ist es mit der Liebe und mit dem Mitgefühl für andere. Es geht darum, andere Menschen in Liebe und Mitgefühl genauso anzunehmen wie dich und es geht immer darum, dass du bei dir beginnst. Auch wenn wir über das Thema Akzeptanz sprechen, solange du dich selbst nicht akzeptierst, so wie du bist, wirst du andere Menschen nicht akzeptieren können, so wie sie sind. Je mehr du dich selbst in Harmonie und Liebe annimmst, umso eher kannst du das im Außen auch machen. Und wenn du jetzt merkst, dass du damit Schwierigkeiten hast, dann darfst du dich ganz bewusst mit dem Herzchakra verbinden und damit wirklich auch arbeiten. Das Herzchakra steht für die Fähigkeit zu lieben, aber auch geliebt zu werden. Es steht dafür, dich selbst zu lieben und deine Selbstliebe anzunehmen. Es steht dafür, andere Menschen zu lieben und angenommen werden in Liebe von anderen Menschen. Auf der körperlichen Ebene ist das Herzchakra natürlich verbunden mit dem Herzbereich, also mit dem Herzen, mit der Lunge, mit der Thymusdrüse und mit dem Kreislaufsystem. Also wenn du merkst, dass du große Lungenprobleme hast und dann dein Kreislauf auch nicht so will, dann könntest du zum Beispiel auch mit deinem Herzchakra arbeiten und wirklich daran arbeiten, es in einer Harmonie und in einen Ausgleich zu bringen. Allerdings natürlich nur, wenn du auch in ärztlicher Pflege bist, denn alle körperlichen Symptome gehören nun mal einfach in professionelle Hände. Das sage ich immer wieder und ich meine es auch immer wieder so. Wenn wir es auf der emotionalen Ebene angucken, dann ist das Herzchakra verbunden mit der Empathie, mit dem Mitgefühl und dem Selbstmitgefühl, das habe ich vorhin schon mal gesagt, mit der Fähigkeit zu vergeben, aber auch eben mit der Fähigkeit, Beziehungen einzugehen, verbunden. Empathie ist das wahre Wahrnehmen deines Gegenübers. Das heißt, wenn du dein Herzchakra stärkst und öffnest, dann bist du in der Lage, wirklich empathisch auf dein Gegenüber einzugehen und die Bedürfnisse zu erkennen, die dein Gegenüber hat. Was auch immer für Bedürfnisse das sein mögen, sind diese Bedürfnisse vorhanden und du kannst darauf eingehen. Du kannst eben empathisch wahrnehmen, was die andere Person möchte. Dann haben wir das Thema Selbstmitgefühl und Mitgefühl und da geht es darum, dass du mitfühlen kannst mit dir und mit deinem Umfeld und es geht nicht darum, ins Mitleiden zu gehen, sondern ins Mitfühlen. Es geht nicht um Leid, sondern um Gefühl. Das heißt, du unterstützt deine Mitmenschen in ihrem Prozess, ohne dass du leiden musst, sondern indem du mitfühlst und das Gleiche machst du für dich auch. Und wenn du dein Herzchakra stärkst, dann wirst du leichteren Zugang genau dazu haben. Natürlich geht es beim Herzchakra auch um das Thema Vergebung und ich will noch so ein bisschen einen kleinen Rant über das Thema Vergebung machen. Vergebung ist etwas total Schönes und etwas komplett Missverstandenes. Wenn du dein Leben lang von deinem Vater oder deiner Mutter gequält wurdest, dann bist du nicht aufgefordert, ihnen einfach so blind zu vergeben. Ich finde Vergebungsarbeit unheimlich wichtig, aber bevor du anderen Menschen vergibst, solltest du dir selbst vergeben. Solltest du dir dafür vergeben, dass du in dieser Situation gelandet bist. Und solange du genau das nicht wirklich von Herzen tun kannst, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um den Menschen zu vergeben, die damit zu tun hatten. Vergebung, echte wahre Vergebung und Verarbeitung passiert, wenn du wirklich auch mit dir selbst dieses Thema be- und verarbeitet hast. Ich erkenne das häufig bei Studenten in meinen Kursen, dass sie mir sagen, ja, ja, ich habe es vergeben. Und wenn ich dann nachfrage, was denn genau, dann sagen sie, naja, ich habe halt vergeben, dass sie mich geschlagen hat oder eine schlechte Mutter war. Und wenn ich weiter nachfrage, stellen wir fest, nein, da ist keine Vergebung vorhanden, sondern so ein bisschen eine Akzeptanz. Wahre Vergebungsarbeit bedeutet, dass du wirklich nicht mehr in die Resonanz mit dem Thema gehst. Und ich will ganz offen sein, es ist oft nicht notwendig, wahre Vergebungsarbeit zu tun. Natürlich hört sich das schön an und fühlt sich auch gut an, wenn man da was gemacht hat. Aber wenn du Vergebungsarbeit leistest, weil du erstens das Gefühl hast, dass du spiritueller bist, wenn du vergibst. Oder zweitens das Gefühl hast, dass du weiter bist oder deine Seele sich weiterentwickelt, wenn du vergibst. Oder drittens das Gefühl hast, dass du vergeben musst, damit du Punkt, Punkt, Punkt. Dann ist das nicht wahre Vergebung. Dann ist das Vergebung aus dem Ego und aus dem Gefühl, irgendetwas tun zu müssen. Ich kann eine Situation vergeben. Ich kann einen Menschen verstehen. Ich kann seine Herkunft und seine Situation verstehen. Und ich kann auch akzeptieren, dass es so wahnsinnig daran nichts ändern kann, ohne dass ich das unter Zwang vergeben muss. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, naja, vielleicht vergebe ich zu schnell oder es ist gar nicht wirkliche Vergebung, dann sei mal nicht zu streng mit dir. Dann akzeptiere doch einfach mal, dass für diese Situation, an die du gerade denkst, die Vergebung noch nicht an der Zeit ist. Vielleicht ist sie nie an der Zeit. Vielleicht stirbt diese andere Person, ohne dass du ihr vergeben hast. Vielleicht stirbst du, ohne dass du dieser Person vergeben hast. Und das ist nicht schlimm. Dann hat es einfach länger gebraucht. Es ist überhaupt kein Problem. Wir müssen nicht unter Zwang vergeben und wir müssen nicht vergeben, um spiritueller zu sein. Wir dürfen hingucken. Wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Wir müssen gar nichts. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass wenn du jetzt dein Herzchakra nicht fühlen kannst oder das Gefühl hast, komplett blockiert zu sein in deinem Herzchakra, dass du da mal hinschauen darfst. Wenn wir Probleme anschauen im Herzchakra, dann ist es sehr, sehr häufig zum Beispiel mangelnder Selbstwert oder auch so das Gefühl, emotional nicht verbunden zu sein, abgeschlossen zu sein. Und dann hast du dann oft auch Schwierigkeiten in Beziehungen. Und natürlich, und das ist leider fast immer so, gehört das Thema Grenzen setzen mit dazu, weil wo sonst wollen wir denn Grenzen lernen, als überall, in jedem Bereich unseres Lebens. Und darum darfst du auch hier hingucken. Wo setzt du klare und gesunde Grenzen für dich? Wo bist du im Selbstmitgefühl für dich und sagst Nein für andere? Und wo sagst du eher Ja zu anderen, obwohl du eigentlich Nein meinst? Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe alle diese Punkte, dann darfst du an deinem Herzchakra arbeiten und das Herzchakra in Balance bringen. Wir werden nachher darüber reden, was du denn da machen kannst. Ein harmonisches Herzchakra bedeutet oft innerer Friede und Beziehungen, die in Harmonie sind und ein großzügiges Herz. Das heißt, du gibst eben aus Freude, aus Liebe und völlig angstfrei oder so angstfrei wie halt möglich. Ich weiß nicht, ob ganz angstfrei komplett geht. Es ist die Hingabe und die Akzeptanz der Hingabe. Es geht darum, einfach nur bedingungslos zu sein, zu geben und zu akzeptieren, was ist. Ein harmonisches Herzchakra gibt sehr großzügig. Das heißt, es liebt großzügig. Es nimmt aber auch großzügig an. Immer nur zu geben ist super ungesund und heißt nicht, dass du ein offenes Herzchakra hast, sondern dass du mangelnde Grenzen hast und nicht genau weißt, wo du eigentlich geben solltest und wo du aufgefordert bist zu geben und wo das überhaupt nicht notwendig ist und du nicht geben solltest. Wenn du jetzt sagst, hey, ich will mit meinem Herzchakra arbeiten, dann würde ich vorschlagen, zu meditieren. Es gibt wunderschöne Musik zur Heilung des Herzchakras. Da kannst du einfach mal eine YouTube-Suche machen und wirst garantiert etwas Schönes finden. Dazu eine schöne Meditation machen. Natürlich auch Atemübungen für dein Herzchakra. Verbinde dich mit deinem Herzchakra und mit deinem Atem und gehe in die Atemübungen und dann finde ich auch Lichtübungen super schön, dass du dein Herzchakra mit Licht aus der göttlichen Quelle durchflutest und dieses Licht wirklich einfließen lassen kannst und Heilung da geschehen darf, sodass du dich wirklich mit Heilfrequenzen verbindest und dich unterstützen lässt in deiner Heilung des Herzchakras. Und was ich natürlich dann sehr gerne mache, also wenn ich jetzt mit meinem Herzchakra arbeite und da Heilung in mein Herzchakra bringen möchte, dann arbeite ich super gerne mit der grünen Heilenergie. Das ist diese wunderbare grüne Heilstrahl. Und wenn du gerne mit Engeln oder aufgestiegenen Meister arbeitest, dann wären Erzengel Raphael zum Beispiel sehr gut geeignet dafür. Für die Herzheilung finde ich Erzengel Samuel auch immer sehr, sehr gut geeignet. Oder der aufgestiegene Meister Hilarion ist einer, den ich sehr, sehr gerne nutze, um mit der Herzheilung zu arbeiten und einfach wirklich zu sein. Also wenn du eine Meditation machst zur Heilung des Herzens, mach eine ruhige Meditation, öffne dich, öffne dein Herzchakra ganz bewusst, lasse Heilenergie einfließen, öffne dich dem Wesen oder den Wesen, die du eingeladen hast und fühle diese Energie tatsächlich. Fühle, wie du umhüllt wirst von dieser Heilenergie, von dieser Kraft, von dieser Liebe für dich selbst. Die Visualisation eben von der grünen Heilenergie ist für mich auch etwas ganz, ganz Unterstützendes und das kannst du ja auch wieder Zeit machen. Da musst du ja nicht unbedingt meditieren dafür, sondern kannst einfach visualisieren, wie die Heilenergie einfließt und dich stärkt. Wenn du jetzt sagst, hey, ich will mein Herzchakra so ein bisschen besser unterstützen und intensiver unterstützen, dann wäre mein Fokus eben zum Beispiel mit einem schönen Ölarbeiten. Ich streiche mir mein Rosenöl praktisch jeden Tag auf mein Herzchakra. Ich würde mal sagen fünf bis sieben Mal die Woche und aktiviere mir damit einfach mein Herzchakra und tue ihm etwas Gutes. Es ist so dieses, was kann ich meinem Herzchakra Gutes tun und das ist für mich das Rosenöl. Das Öl, das ich habe, ist so hochwertig, dass es wirklich sehr, sehr stark nach Rose riecht. Mir manchmal fast zu stark. Ich weiß aber, dass es meinem Herzchakra sehr gut tut. Was du auch machen kannst, ist ganz bewusst Beziehungen pflegen. Das heißt, mal wieder anrufen oder mal wieder schreiben und die Menschen, die du magst, wissen lassen, dass du an sie denkst und dass du sie magst. Jemandem zu sagen, ich liebe dich, kann super hilfreich sein und auch wenn du das dir selbst sagst und vor den Spiegel stehst und sagst, hey, ich liebe dich, hast du gut gemacht, du bist eine ganz tolle Socke. Das ist super hilfreich. Und dann ist es auch so, dass du zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch führen könntest und wirklich bewusst aufschreibst, wofür du dankbar bist oder auch, und ich finde das noch so die Steigerung der Übung, irgend mit einem Menschen austauscht, warum du dankbar bist. Du hast bestimmt jeden Tag mit irgendjemandem zu tun und diesen Menschen sagen, hey, ich bin heute so dankbar dafür, dass du dies oder dies für mich tust oder dass du für mich da bist, mir zuhörst, was auch immer das ist. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Und das auch auszudrücken und den anderen Menschen zu sagen, hey, ich bin dankbar dafür. Das ist extrem hilfreich, erstens für dich, für dein Herzchakra, aber auf der anderen Seite natürlich auch für die anderen Menschen, die hören, dass du dankbar bist für ihre Anwesenheit in deinem Leben. Wenn ich jemanden mag, dann sage ich ganz oft, hey, ich finde es so schön, dass es dich gibt in meinem Leben. Damit diese andere Person einfach nie vergisst, dass ich dankbar dafür bin, dass sie da ist. Ein Selbstliebetagebuch ist auch etwas, was ich super hilfreich finde, wenn du dein Herzchakra stärken möchtest. Und da einfach mal aufschreiben, warum du dich heute selbst liebst. Und da geht es nicht darum, dass du einen schönen Pulli anhast oder ein tolles Kleid trägst, sondern darum, was du tust, was du bist. Und damit meine ich nicht, etwas zu erreichen. Es geht nicht darum, dankbar dafür zu sein oder dich selbst zu lieben, weil du heute eine Podcast-Folge aufgenommen hast. Da habe ich etwas getan. Ich darf mich selbst lieben, weil ich aufgestanden bin, weil ich bin, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich heute feurig war in der Jahresausbildung. Und ja, da könnte ich mich auch für kritisieren, aber nein, ich könnte mich auch lieben dafür. Es geht darum, zu erkennen, dass du so, wie du bist, genau richtig bist und dass dadurch dein Selbstwert, deine Selbstliebe gestärkt wird. Und natürlich kannst du dein Herzchakra auch mit Hilfsmitteln unterstützen, wie zum Beispiel Steinen oder, naja, vielleicht habe ich schon das eine oder andere Mal das ätherische Öl erwähnt. Bei den Steinen könntest du den Rosenquarz nehmen oder den grünen Aventurin. Und das sind Steine, die super sind für dein Herzchakra. Aber du könntest dein Herzchakra auch einfach fragen, was brauchst du heute? Brauchst du einen Tee? Brauchst du einen Spaziergang? Brauchst du ein Sonnenbad von 20 Minuten? Vielleicht einfach eine kurze Mittagspause. Was ist es, was du brauchst, um für dich heute in Ausgleich und Harmonie zu gehen? Ich schicke dir viel Freude für deine Arbeit mit dem Herzchakra. Und beende damit für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!